So, liebe Leute, Gepfaden 8, wir haben euch jeden mitgebracht. Yo! Und wir sind hier wegen den unsüchtigen Jungs, die uns mitgenommen haben. Weil wir nämlich per Autostop getrappt sind und jetzt kurz... Wir kommen aus Spanien. So ist es. Und es ist mega scheiß kalt hier in Deutschland. Und... Stau, da vorne ist Stau, verdammte Scheiße! Kamera, da vorne ist Stau, verdammte Karma. Was haben wir für einen Karma aus Spanien mitgebracht? In Spanien gibt es nur... Das wird wohl heute nichts, wenn ihr nach Hause kommt. In Spanien gibt es nur viel Regen in dieser Zeit. Ja. Achso. Und willkommen im Gothic-Internat. Ja, hey! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 und das haben wir ja. Dann ist auch die Terrasse und es gibt auch sogar Grüns. Und ich meine es ist ja auch noch lange nicht abgegrillt. Es ist immer noch Sommerzeit. Wir sehen hier kein Schnee, kein Frost, nichts. Und es ist warm, weil einfach das Wetter super mitspielt. Es ist alles super. Ich meine wir können uns nicht beschweren. Ich würde jetzt auch im T-Shirt hier sitzen, wenn Mama nicht gesagt hätte, zieh dir abends meine Jacke an. Genau. Ja, so ist es ja bei mir auch. Das hat deine Mama ja auch gesagt. Ja, deshalb ist es ja auch so. Also es ist eigentlich schon zu warm, weil ich meine es ist 28 Grad und wir sitzen hier im Wolljeckchen und in dem Super Sipper. Das ist halt. Aber wir tun ja das. Was die Mama sagt, dass wir, wir sind ja, wir sind ja, wie nennt man das? Vorbildliche Kinder. Ja, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja. Ja, ja, ja... und abschließend kann man ja noch sagen weil das ist jetzt ja auch das Ende des Gothic Internats Folge Zimmer 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 hat er Folge gesagt es ist natürlich Zimmer 19 1819 ich weiß es gar nicht mehr genau 1819 roundabout und da ist jetzt ja sagen wir jetzt einfach gute Nacht schlaf gut und wir sehen uns mit Sicherheit bald wieder in Würzburg, Duisburg, Frankfurt München, Leipzig Hannover, Siegburg Dresden Kamm, Brauchsel oder vielleicht auch in Rotterdam nächste Woche Donnerstag in Uelzen gar nicht nächste Woche sondern ja diese Woche Donnerstag weil Rotterdam morgen vielleicht morgen Donnerstag vielleicht ist morgen schon Donnerstag das wissen wir noch nicht genau noch ein abschließendes so ein Schlusswort ich muss ganz ehrlich sagen ich mag euch ich mag euch dann übernehme ich jetzt ich sage gute Nacht ich